Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. The sanctions are here to stay. Ich habe ja gesagt, den Wirtschaftskrieg haben wir verloren, denn er wurde ja angekündigt, wir werden Russland durch diese Wirtschaftssanktionen dazu zwingen, den Angriff abzubrechen. Das ist nicht geschehen. Aber die Wirkungen sind auch nicht eingetreten, überhaupt keine Wirkung. Gut, es hat sicherlich auch Wirkungen in Russland gegeben, aber Russland hat ein Wirtschaftswachstum des Bruttoinlandsprodukts positiv. Wir haben ein negatives Wirtschaftswachstum in Deutschland. Also wir können nun wirklich nicht sagen, dass wir eine erfolgreiche Politik in dieser Beziehung getrieben haben. Und das sind Dinge, die werden uns noch Jahrzehnte verfolgen. Das ist nicht so ohne weiteres zu ändern.